Der Prolog von Ochrid vom 20. Dezember Gedenken Der heilige Hieromärtyrer Ignatius, der Gottesträger, Bischof von Antiochia. Dieser heilige Mann wurde Gottesträger genannt, weil er den Namen des lebendigen Gottes stets in seinem Herzen und auf seinen Lippen trug. Auch weil nach der Überlieferung der inkarnierte Gott Jesus Christus selbst ihn auf seinen Armen trug. Als der Herr eines Tages seine Jünger Demut lehrte, nahm er ein Kind, stellte es vor sie und sagte, Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Matthäus 18, Vers 4 Dieses Kind war Ignatius. Später wurde er Schüler des heiligen Johannes des Theologen, zusammen mit Polycarp, dem Bischof von Smyrna. Als Bischof von Antiochia lehrte er die Kirche Gottes als guter Hürde, und er war der Erste, der den antiphonalen Gesang in der Kirche einführte, bei dem zwei Chöre einander abwechseln. Diese Gesangsweise wurde dem heiligen Ignatius vom Himmel durch Engel offenbart. Als Kaiser Trajan auf seinem Feldzug gegen die Perser durch Antiochia kam, hörte er von Ignatius, rief ihn zu sich und versuchte ihn dazu zu bringen, Götzenopfer darzubringen, um ihn zum Senator zu machen. Das Drängen und die Drohungen des Kaisers blieben vergeblich, und so wurde der heilige Ignatius in Ketten gelegt und nach Rom geschickt, von zehn brutalen Soldaten begleitet, um den wilden Tieren vorgeworfen zu werden. Ignatius freute sich darüber, für den Herrn leiden zu können, und betete zu Gott, dass die wilden Tiere das Grab seines Leibes sein sollten und keiner seinen Tod verhindere. Nach einer langen und schwierigen Reise von Kleinasien, durch Thrakien, Makedonien und Epirus erreichte Ignatius Rom, wo er den Löwen im Zirkus vorgeworfen wurde. Sie zerrissen ihn in Stücke, verschlangen ihn und ließen nur ein Paar der größeren Knochen und sein Herz übrig. Dieser glorreiche, den Herrn Christus liebende Mann erlitt das Materium im Jahr 106 in Rom, zur Zeit des Kaisers Trajan. Er erschien viele Male aus der anderen Welt und vollbrachte Wunder. Bis zum heutigen Tag hilft er allen, die ihn um Hilfe anrufen. Der heilige Danilo, Erzbischof von Serbien, war Sohn reicher und gottliebender Eltern. Und er erhielt eine sorgfältige Ausbildung. König Milutin nahm ihn an seinen Hof auf, doch aus Liebe zu Gott floh er und wurde Mönch im Kloster Konzulsk nahe des Ibar. Später war er Abt von Gilandar und er litt viel durch die Hände der plündernden lateinischen Kreuzfahrer. Er war Bischof von Banja und dann von Hum und schließlich Erzbischof von Serbien. Von Anfang an war er ein strenger Asket und besaß die besondere Gabe der Tränen. Er stiftete Frieden zwischen den Königen Dragutin und Milutin und später zwischen Milutin und Stefan von Dezani. Und er führte einen heftigen Kampf gegen die Lateiner und die Bogomilien. Unter seiner Aufsicht wurden die Klöster von Banja und Dezani aufgebaut und er restaurierte und errichtete viele andere Klöster und Kirchen. Er zeichnete auch die Leben der serbischen Könige und Heiligen auf. Unermüdlich im Dienste Gottes bis zum Ende seines Lebens entschlief er in Frieden in der Zeit des Königs Duschan in der Nacht vom 19. zum 20. Dezember 1338. Er war ein großer Hierarch, ein großer Asket, ein großer Arbeiter und ein großer Patriot. Lobeshymne Der heilige Hieromertürer Ignatius, der Gottesträger O Hierarch Christi, wundervoll und vorbildlich! O gütiger Hierarch, nicht einer der Feinde Gottes, nicht unter den Widersachern Gottes, die Christus töteten, sondern unter den Gottesträgern, die Christus liebten. Heiliger Ignatius, gotttragender Mann, Dich verherrlichen wir, auf Dich sind wir stolz. Kaiser Trajan bot Dir Titel und Ehren an, wenn Du nur vor den Götzen niederfielst. Du versetztest den Kaiser in Erstaunen durch Deine Weigerung, den Herrn zu verachten, nicht um eines ganzen Reiches willen. Stattdessen gingst Du freudig in den Tod, o gotttragender Vater. Dafür verherrlichen wir Dich, auf Dich sind wir stolz. Den wilden Tieren vorgeworfen hast Du ruhig gewartet. Rom verlangt nach Vergnügen, sie spielten mit Dir. Ich bin Gottes Weizen, hast Du dort gerufen. Die Tiere sollen mich zermalmen, dass ich gutes Brot werde. Und nun, wo ist Trajan? Doch Du bist ein Bewohner des Himmels. Du bist den Engeln eine Hymne und ein Lehrer für uns. Heiliger Ignatius, der Du Gott getragen hast, flehe zu Gott, uns das Brot des Lebens zu gewähren. Betrachtung Die heiligen Märtyrer, verzehrt von der Liebe zu Christus, waren wie unauslöschliche Flammen. Diese Liebe erleichterte ihre Leiden und machte den Tod süß. Der heilige Johannes Chrysostomos sagte über den heiligen Ignatius, er legte seinen Leib so leicht ab, wie ein Mensch seine Kleider ablegt. Als Ignatius nach Rom reiste, um dort den Tod zu empfangen, hatte er nur eine Furcht, dass die Christen dort irgendwie sein Martyrium für Christus durch ihre Gebete oder auf irgendeine Weise verzögern könnten. Er flehte sie daher ständig schriftlich und mündlich an, dies nicht zu tun. Vergebt mir, sagte er. Ich weiß, was für mich nützlich ist. Ich stehe erst am Anfang, junger Christi zu sein und wünsche nichts, weder Sichtbares noch Unsichtbares, außer zu Christus zu kommen. Möge jede teuflische Folter über mich kommen. Feuer, Kreuzigung, wilde Tiere, das Schwert auseinanderreißen, das Zerbrechen meiner Knochen, das Zermalmen meines ganzen Körpers. Einzig, damit ich Jesus Christus empfange. Es ist für mich besser, für Christus zu sterben, als bis zu den Enden der Erde zu herrschen. Meine Liebe hängt am Kreuz und es ist kein Funken Liebe in mir für irgendetwas Irdisches. Als er in die Arena gebracht wurde, sprach er Folgendes zum Volk. Bürger von Rom, wisst, dass ich nicht für irgendeine Missetat bestraft werde, noch bin ich zum Tode für irgendein Vergehen verurteilt worden, sondern um Gottes Willen, von dessen Liebe ich ergriffen wurde und den ich mit einem unstillbaren Verlangen ersehne. Ich bin sein Weizen. Möge ich zermalmt werden von den Zähnen der wilden Tiere, damit ich sein reines Brot werde. Als er von den wilden Tieren verschlungen wurde, blieb sein Herz durch Gottes Vorsehung zwischen den Gebeinen zurück. Als die ungläubigen Heiden sein Herz aufschnitten, fanden sie darin die Worte in Gold eingeschrieben, Jesus Christus. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über den Mut Josuas des Sohnes des Nunen, wie Joshua unerschütterlich an allen Geboten des Herrn festhielt, wie er mutig jeden Kampf mit den Feinden seines Volkes ausfocht, wie er überall siegreich war und all seine Siege Gott zuschrieb. Homilie über David Darauf sagte David zu Nathan, Ich habe gegen den Herrn gesündigt. 2. Samuel 12, Vers 13 Meine Tränen sind mir zum Brot geworden bei Tag und bei Nacht. Psalm 41, Vers 3 König David sündigte gegen Gott und bereute und Gott vergab ihm. Die Sünde des Königs war groß, aber seine Reue noch größer. Er war schuldig vor Gott, da er zwei schwere Sünden begangen hatte, Ehebruch und Mord. Doch als der Prophet Nathan ihn anklagte, rief er in seiner Qual aus, Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und er bereute seine Sünde und bereute bitter. In seiner Erniedrigung betete er zu Gott, weinte, fastete, warf sich auf den Boden und er duldete sanftmütig die schrecklichen Schläge, die Gott auf ihn und sein Haus und auf sein Volk infolge seiner Sünden herabregnen ließ. In seinen Bußpsalmen sagt er, Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Psalm 21, Vers 7 Von der Stimme meines Seufzens klebt mein Gebein an meinem Fleisch. Psalm 101, Vers 6 Ich blieb ohne Schlaf. Psalm 101, Vers 8 Denn Asche aß ich wie Brot und mischte meinen Trank mit Tränen. 101, Vers 10 Ich bin vertrocknet wie Gras. 101, Vers 12 Hier ist wahre Reue. Hier ist wahrlich ein Büßer. Er verhärtete sich nicht in der Sünde, noch fiel er in Verzweiflung, sondern er übergab sich der Barmherzigkeit Gottes und lebte in unablässiger Reue. Und Gott, der die Reuigen liebt, hatte Erbarmen mit diesem Vorbild an Reue. Gott vergab ihn und verherrlichte ihn vor allen Königen in Israel und verlieh ihm die große Gnade, das schönste Gebet der Reue abzufassen und die Ankunft des heiligen Erlösers in der Welt zu prophezeien, der aus seinem Samen hervorging. Ihr seht, meine Brüder, wie wundervoll Gottes Barmherzigkeit gegenüber den Büßern ist. Der Herr hatte solches Erbarmen mit dem Reuigen David, dass er sich nicht scheute, Fleisch aus seinem Samen anzunehmen. Selig sind, die nicht verhärtet werden in der Sünde und die nicht wegen ihrer Sünde in Verzweiflung geraten. Buße rettet sowohl die einen als auch die anderen vom Bösen. O barmherziger Herr, erweiche unsere Herzen mit den Tränen der Reue. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.